Was ist das Tier? Mein Vater hat gearbeitet, um die Arbeit zu finden. Er hat gefragt, was du hier kennst. Er hat gesagt, er hat gehackt Holz im Dorf. Er hat verkauft Holz. Es ist kein Holz in Indianapolis. Er hat kein Tier. In Radom haben sie das Holz genommen und gesagt, wir machen etwas im Geschäft mit zu viel Holz. Wir verkaufen Holz. Lass uns ein Oven machen in Stutt und wir backen Bräut. Die Menschen sagen, wie soll man hier machen? Wir backen Bräut, weil wir so viel Holz haben. Er hat gesagt, ich bin ein Baker. Ich bin gewohnt, ich will backen. Wir haben die Arbeit in der Kraft-Baking-Kompany. Das ist ein größtes Geschäft. Jüdische Menschen und seine gewähnten Owners. Wir haben die Nachtschiff gearbeitet. Wir haben die Arbeit von 12 Uhr in der Nacht bis 7 Uhr in der Früh. Und von dem haben wir gesagt, oh, das ist ein Supervisor. Wir haben die Arbeit in der Nacht und in der Nacht. Und von dem haben wir gesagt, wir haben die Arbeit mit dem Einsatz zu machen. Wir haben die Arbeit in der Nacht. Wir haben die Arbeit mit einer Arbeit. Wir haben die Arbeit in der Nacht. Wir haben die Arbeit in der Nacht. nicht mehr helfen, machen das Geschäft. Efters haben sie gegeben Geld, ich weiß nicht, wie sie euch geholfen haben. Nur hat er geöffnet ein Kusher Market. Kusher Market in Indianapolis, Indiana, sie gewöhnen fünf Kusher Markets in die Zeit. In 1952, also in 1952, hat er geöffnet das Geschäft in hat man gekänt halten Kusher in Hohes, hat nicht gedorfen arbeiten in Scherbes, hat nicht gedorfen arbeiten in Jontiff. Und wenn man gearbeitet in der Bäckerei, hat er allemal gedorfen beten, keine Scherben, keine Scherben, für gewöhnt sein eigenes Geschäft.